Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin hier gekommen. Ich zeige euch gleich, weil bin ich schon gefahren, circa vier Stunden, hat viel Spaß gemacht. Das erste Mal bin ich hier, brauchte ich circa eine Stunde, zwei die Strecken zu lernen, aber am Ende hatte ich richtig, richtig guter Spaß gehabt und gute Laune und jetzt nehme ich euch mit auf dem GoPro und wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war's für heute. Oh! Das war's für heute. 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 Okay. Und hier ist wieder blau. Das kommt noch dazu. Da muss man ein kleines Stück hier schieben. Aber ist nicht so dramatisch. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.